Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge DysonFairProgramm. Wir machen hier direkt weiter. Wir müssen noch 15.000 Teile setzen, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns und dann können wir eventuell diese Folge noch die Fabriken starten. Das wäre sogar möglich. Unsere Energie, weiß ich nur nicht ob das reichen wird, aber so Pi mal Daumen. Weil die anderen Logistikzentren, die Interstellaren, die werden ja schon voller Energie. Die strotzen nur so voller Energie. Ok, ich sehe was, was ich auf jeden Fall demnächst noch brauche. Und das sind Bells. Äh, keine Bells, das sind Dinge. Ähm. Aber jetzt sagt es mir doch. Jetzt hält mir der Name nicht mal ein. Egal. Äh, wenn ich es gleich in der Hand habe, hier Sorter. Wir haben jetzt 800. Ja, da fehlt uns noch nicht mehr viel. Warte, wir können die hier noch rein nehmen. Da können wir die Sorte vielleicht jetzt tausend Stück mitnehmen insgesamt. So. Ja. Sieht am Plan aus. Da müssen wir überall die Sachen noch setzen. Dann gehts weiter. So. Und dann platzieren wir alles. Alles wird hier schön platziert. Nach und nach. Ja, wir bräuchten 1,58 Gigawatt aktuell schon. Und soweit sind wir halt noch nicht, dass wir das jetzt machen könnten. Ok, wir können auch noch die hier setzen. Ich nehme mal 51 mit. Ah, hier in der Reihe ist nichts mehr. Jetzt müssen wir hier vorne noch alles machen. Ja, wir sind jetzt bei 3,65 Gigawatt. Wie sieht diese Dyson Sphäre aus? Sie braucht 0. Und wir produzieren 29. Ja, vielleicht werde ich hier eine Reihe setzen. Bin ich mir jetzt aber noch nicht ganz sicher. Ich mache ja schon mal das alles hier fertig und dann sehe ich ja, wie das voranschreitet oder nicht voranschreitet. Ich habe ja schon mal die Dyson Sphäre ausgemacht in die Dyson Sphäre ausgemacht, als wir noch einmal die Dyson Sphäre ausgemacht haben. So, wenn wir auch noch die Dyson Sphäre ausgemacht haben. Wie überall noch die Energie bis, äh, nicht Energie, die Ressourcen über durchklatschen. Da bin ich sehr gespannt am Schluss. Wenn wir auch noch nicht mehr Dyson Sphäre ausgemacht haben. ich kann hier noch ein paar mitnehmen drüben hier so viele mit wie ich kann noch mal 600 sehr gut es kann sein es reicht schon kann ich aber noch nicht hundertprozentig garantieren ich müsste nur ausrechnen aber wir sind es glaubt bei 1000 passt passt wir sind bei 900 und wir brauchen 810 also es reicht auf jeden fall hier kommt jetzt noch das ganze energie die ganze ressource bitte 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 sagt mir ich kann das hier platzieren okay ich habe jeder was verbockt das jetzt ausbessern muss also wie das aussieht läuft funktioniert das vor allem auch platztechnisch das ist essentiell wichtig so denn hier jetzt rein so und so das hätte jetzt auch vergessen gehabt zwei sachen bei dieser produktionsreihe hier auch so und so haben wir drin haben wir drin drohnen rein hier habe ich es fertig hier habe ich auch drohnen gesetzt okay komisch 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 nicht wundern ich bin leicht verschnupft deswegen klinge ich manchmal ein bisschen komisch komisch so komisch wie das spiel hier manchmal ich habe gedacht ich habe extra darauf geachtet dass das funktioniert jetzt muss erst mal speichern wie gewohnt speichern 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 dann können wir das hier hinsetzen okay das haben wir so das haben wir auch ich bin gespannt wenn ich die fabriken dann los lasse ob noch mehr ja probleme entstehen oder ob das dann geregelt ist das weiß ich ja nicht ich weiß ich nicht 100% aber es dauert ja nicht mehr allzu lang bis wir hier durch sind jetzt sind wir bei nummer 2 fertig also ich krieg es auch kopiert so dass hier bis hier hin dann brauche ich die bänder nicht überall komplett hinsetzen und hier 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 so so sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus so 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 Ich bin echt gespannt, weil aktuell fliegen ja keine Drohnen. Alles vollisch. So, Drohnen rein. Bistücken, bistücken, bistücken. So, alles bestückt. Dann machen wir hier das jetzt noch kurz. Ich glaube hinten rum diesmal. Und dann sind wir gleich durch mit dem ganzen Bauen hier. Weil die letzten 120 Teile werden gesetzt. 10, 1, 0. Okay, sobald wir das gemacht haben. Das machen wir jetzt noch kurz in der Folge. Ja, dann sollte er auch, äh, ja. Eigentlich soweit erst mal alles passen. So. Dann starten wir jetzt noch in der Folge kurz, äh, die Fabrik. Energietechnisch brauchen wir 5,56 Gigawatt. Unsere Energie hier drüben hat... Bam, bam, bam. 4,6 Gigawatt. Das bedeutet, wir müssen noch mal weitermachen. Nochmal in die Fuhre mehr. So. Dann nehmen wir hier die ganzen raus. Kopieren das einmal hier hin. Und wir verbinden es noch kurz. 1, 3, 2, 1, let's go. Die Energie geht hoch. Ja, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr als... Ja, doch, geht. Das geht sogar. Ha, wir sind bei 3 Gigawatt. Die ganzen Sachen werden halt jetzt mit der Energie erstmal befüllt. Und es geht los. Okay, das war's tatsächlich wieder mit dieser Folge. Lasst gerne einen Like, Kommentar oder Abo nochmal da. Ich freue mich riesig darüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson Sphere Program wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.